Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal wieder um das Ingenieursstudium. Für die, die es nicht wissen, ich studiere ab Oktober dann im fünften Semester inzwischen Engineering Science mit Schwerpunkt Mechatronik und Automotive an der Uni Bayreuth. Und heute wollte ich mal mit euch über das Thema Bücher reden. Ich finde ja, Bücher sind ein großartiges Thema und ich glaube, ich kann auch das ein oder andere dazu erzählen. Wenn du dich dazu entscheidest, irgendein Studium anzufangen, wirst du nicht drum herum kommen, in Bücher reinzuschauen. Welche Bücher für mich jetzt besonders hilfreich in meinem Studium waren, die zeige ich euch jetzt. Und jetzt fange ich jetzt mal mit Basics an, die unspezifisch, also zu keinem Fach gehörend, generell ziemlich wichtig sind. Und ich denke mal, das Allerwichtigste, was ich habe, sind die Mathebücher. Generell habe ich hier einmal das Buch, das ich eigentlich am allermeisten nutze. Das ist die mathematische Formelsammlung von Papula. Die sind in der Hinsicht ganz wichtig, weil sie halt wirklich rundum das allermeiste beinhaltet, was man im Studium, also im Ingenieurstudium jetzt da, in der Mathematik braucht. Auch ganz nett ist, dass man am Ende dann so schöne Integraltabellen findet. Denn in Klausuren muss man ja öfters mal ziemlich hässliche Sachen lösen. Und manche Lösungen sind ja immer das Gleiche, also zum gleichen mathematischen Problem hat man die gleiche Lösung. Und das ist halt hier tabelliert. Hier habe ich außerdem noch Formeln und Hilfen der höheren Mathematik von Benomi. Das ist auch nochmal ein Mathebuch, das nutze ich persönlich weniger. War aber im Studium bisher ganz hilfreich, weil hier zum Beispiel unter anderem Sinus- und Kosinuswerte tabelliert sind. Und speziell in Mathe 1, 2 und 3 darf man zwar so viel Papierkram mitnehmen, was man halt tragen kann, aber kein Taschenrechner. Und da werden trotzdem ab und zu halt gängige Sinus- und Kosinuswerte gefragt. Und dementsprechend ist es nicht schlecht, wenn man da was zum Nachschlagen hat. Außerdem seht ihr es vielleicht schon, dass Papula ist deutlich dicker als das Binomi. Und das kann man daran generell sagen, mit Papula wird auch ziemlich viel erklärt, während im Binomi wirklich Formeln, Formeln, Formeln nach Kapiteln geordnet einfach dastehen. Und ich selbst habe in dem ersten Semester mich ziemlich schwer getan, mich in dem Binomi zurechtzufinden, während ich mit dem Papula oft gelernt habe, wie man die ganzen Sachen überhaupt anwendet. Alle Bücher, die ich euch heute zeige und die ich für wichtig anhalte, verlinke ich euch auch in irgendeiner Art und Weise. Allerdings ist hierbei gleich wichtig, den Binomi werde ich euch nicht verlinken. Den kauft ihr euch lieber bei einem Buchgeschäft, denn das letzte Mal, als ich bei Amazon reingeschaut habe, hatten sie nicht die aktuellste Auflage. Und ich habe mir auch schon eine ältere Auflage gekauft, da waren dann einige Druckfehler drin und Fehler in Formeln. Als ich mich dann an den Verlag gewendet habe, weil das eben aufgefallen ist, weil da wirklich grobe Fehler drin waren, habe ich allerdings die aktuellste Auflage zugesandt bekommen. Also in meinem Fall ist das die achte Auflage. Und hier sind dann die gröbsten Fehler behoben. Dementsprechend schaut auf die Auflage, wenn ihr euch das holt. Das muss man dann noch beachten. Was noch ziemlich generic ist, in meinen Augen ist ein Buch, das sich mit Physik befasst. Denn im Ingenieurstudium basiert ja eben irgendwo alles auf Physik. Und es ist wirklich nicht verkehrt, wenn man ein Buch hat, in dem man so physikalische Grundlagen nachschlagen kann. Hier sind zum Beispiel auch Trägheitsmomente, die werden im Studium immer wieder vorkommen tabelliert. Oder allgemein andere physikalische Formeln. Ist es nicht verkehrt, wenn man irgendwie Nachschlage weg hat. Ich habe hier speziell von Horst Kugling das Taschenbuch der Physik. Das ist Geschmackssache, was man nimmt, aber ich habe es eigentlich für ganz cool gefunden. Und ich schaue mehrmals im Semester auch in das Buch mal rein, wenn ich irgendeine Detail nachschauen möchte. Oder irgendeine allgemeine physikalische Formel. Bevor ich jetzt weitermache und euch zu diversen Fächern meine Buchempfehlungen bzw. Skriptempfehlungen bzw. Videoempfehlungen gebe. Erstmal generell der Hinweis, die meisten Bücher, die ich benutzt habe im Studium, habe ich nicht gekauft. Die wichtigen Bücher, also die Bücher, die man immer in Klausuren mitnehmen darf oder wo man wirklich über die Semester hinweg viel nachschlägt, die habe ich. Das wären in meinem Fall die Mathebücher und das Physikbuch. Aber viele Bücher, die ich im Laufe des Studiums verwendet habe, habe ich mir tatsächlich einfach in der Universitätsbibliothek ausgeliehen. Beziehungsweise man kann auch, wenn man an der Uni ist oder über einen VPN angemeldet ist, der über die Uni läuft, sich Bücher von diversen Verlägen auch herunterladen. Das kann man im Universitätsportal eben einsehen, welche Bücher es kostenlos als E-Book gibt. So kommt man eben auch relativ günstig an die Literatur ran. Denn wenn man sich dann ab und zu mal nach ein paar Preisen zu den Büchern umsieht, wird man feststellen, dass viele Bücher ziemlich teuer sind. Die fangen dann meistens so bei 30 Euro an und hören bei 100 Euro irgendwo auf. Teurer kann es immer sein, aber ihr wisst, was ich meine. Also in den meisten Fällen empfehle ich nicht zu kaufen, sondern irgendwo das Buch anderweitig zu besorgen, also auszuleihen oder so. Und wenn ich schon dabei bin, denkt dran, wenn euch meine Videos gefallen, vergesst nicht, ein Like da zu lassen und mich zu abonnieren. Ich werde jetzt im folgenden Teil auf etliche Fächer eingehen, die ich jetzt im Studium hatte. Ich sage mal, ich gehe vom ersten Semester aufwärts, erstes, zweites, drittes, viertes und werde so sagen, was so meine Erfahrungen bzw. Eindrücke sind. Und generell werde ich das ein oder andere Fach nicht erwähnen. Hier wird es dann einfach so sein, dass es reicht, wenn man sich, ich sage mal, YouTube-Videos anschaut, Deskript sich anschaut oder ab und zu mal was googelt. Da ist kein explizites Buch notwendig. Aber generell kann man sagen, je weiter man im Studium fortschreitet, desto weniger hilft einem Google, weil es einfach so fachspezifisch wird, dass man meistens direkt zu Fachbüchern weitergeleitet wird. Und da kann man dann fünf Seiten Probe lesen und das löst in der Regel nicht das Problem. Das größte Thema im ersten Semester ist ja eigentlich das Thema Mathematik. Da haben wir dann in den ersten zwei Semestern Mathe 1 und 2. Hier ist das Skript schon ziemlich ausführlich, aber ich selbst habe das Allermeiste aus den Büchern auch von Lothar Papula gelernt. Da gibt es Band 1, 2, 3 zusätzlich zur Formelsammlung. Das passt jetzt nicht ganz mit Ingenieur-Mathematik 1, 2, 3 im Studium überein. Aber im Wesentlichen kann man sich mit Hilfe des Inhaltsverzeichnisses die relevanten Kapitel suchen. Und mir persönlich hat es sehr geholfen, den Stoff durchzuarbeiten. Und ich selber habe dann auch die ein oder andere Vorlesung einfach bleiben lassen, weil ich gemerkt habe, dass ich mit dem Buch das Ganze deutlich schneller begreife. und ich einfach gut mit Büchern arbeiten kann. Wenn wir dann zum Thema Technische Mechanik kommen, kann ich euch die Bücher vom Springer Verlag, vom Autor Gross empfehlen. Die nennen sich Technische Mechanik 1 und 2. Da gibt es jeweils die Bücher, die die Theorie vermitteln. Und dann gibt es noch Bücher, die den gleichnamigen Titel haben, die dann in gewisser Weise Formeln heißen, also Formeln und Aufgaben, glaube ich. Und das Coole an diesen Formeln- und Aufgabenbüchern ist zum einen, dass nochmal exemplarisch Aufgaben drin sind. Und dass man da auch Zusammenfassungen zu den Themen findet. Dass quasi alles, was wichtig ist, oder das Allermeiste zumindest, in diesen Zusammenfassungen hat. Also hier meine Empfehlung, die Grossbücher. Die habe ich wie die Papula-Bücher, die ich gerade eben erwähnt habe, einfach vom Uni-Server gedownloadet. Oder von dem Zugriff, den die Uni ermöglicht, auf die E-Books. Jetzt kommen wir jetzt zu einem Fach, wo ich mal wieder Bücher gekauft habe. Und zwar Konstruktionslehre. Konstruktionslehre ist ein Fach für sich. Man muss sagen, da hat jetzt der Professor gewechselt. Ich glaube, im letzten Jahr, ich habe noch den Professor Ried gehabt. Das war der, ich sage mal, der alte Professor, der jetzt, ich glaube, in Pension, in Rente, ich weiß nicht, wie es heißt, gegangen ist. Und bei dem war es Pflicht, dass man sich das von ihm hauptverfasste Buch, den Deckherr zu holen. Deckherr Maschinenelemente. Dazu gibt es dann auch ein Tabellenbuch, das ist bei dem roten Buch mit dabei. Und dann gibt es noch so ein Deckherr Maschinenelemente Formeln. Und im Wesentlichen ist das kleine Buch in Zusammenfassung von dem roten Buch, das ich persönlich für die Klausur genutzt habe, weil man deutlich schneller an die Formel kommt, sofern man weiß, was man tut. Wenn man nicht weiß, was man tut, ist dann doch definitiv das rote Buch zu empfehlen, weil da ist dann nochmal im Detail erklärt, wie man welche Maschinenelemente zu berechnen hat. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob der Professor immer noch diese Bücher verwendet, diese Lehrbücher, oder ob der auf ein anderes Lehrbuch umgestiegen ist. Aber da ist es dann an euch, wenn ihr das studieren wollt. Erkundigt euch mal, was der Professor sagt, ob der Deckherr immer noch das aktuelle Buch ist. Bei mir war es so, man durfte auch so viel mitnehmen in die Klausur, wie man tragen kann. Und dementsprechend sind diese Bücher halt wirklich praktisch. Ich sehe jetzt auch, es sind eine Menge Pappe in den Büchern drin. Von daher ist es eins der wenigen Bücher, wo ich sage, das muss man noch zusätzlich kaufen, weil man es einfach in die Klausur mitnehmen darf. Dann noch ein Buch, das ich jetzt wieder nicht hier habe. Das nennt sich, das ist vom Autor Riedl. Und das heißt, glaube ich, allgemeine und anorganische Chemie. Und generell, als wir Chemie für Ingenieure dann hatten, konnte man sagen, dass man alle Übungen wirklich mit diesem Buch bearbeiten konnte. Und ich sage mal auch, wenn man so grob wusste, was in diesen Kapiteln, die behandelt worden sind, in diesem Riedl steht, kommt man wunderbar durch die Klausur. Oft war die Vorlesung eher so ein bisschen so ein Hinweis, um was geht es, mal so ein genereller Überblick. Aber aus diesem Riedl konnte man wirklich mitnehmen, was wichtig ist. Und kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich den als E-Book zu holen, aus der Bibliothek zu holen. Wenn wir dann ins zweite und dritte Semester kommen, habe ich mir dieses wunderschöne Buch hier geholt. Das ist schon deutlich größer. Das ist wirklich ein richtiger Schinken. Und der nennt sich Holiday Physik oder von Holiday Resnick und Walker. Das wurde uns empfohlen. Das Speziell ist nicht das, was empfohlen wurde, weil das hier die sogenannte Bachelor Edition ist. Aber es ist ziemlich ähnlich zum normalen Holiday Physik. Kann man sich in der Bibliothek ausleihen. Bei mir war es damals so, ich war daheim, es war Lockdown. Und dementsprechend habe ich das Buch gebraucht. Denn da kann man halt wirklich richtig viel nachschlagen. Und alles, was in Physik 1 und 2 im Studium behandelt wird und noch viel mehr, steht in diesem Buch drin. Das ist, glaube ich, dafür gedacht, für das Grundstudium der Physik für die Physiker. Für die, ich weiß nicht, ersten zwei Semester oder was, keine Ahnung. Aber tatsächlich steht da wirklich ziemlich viel drin. Es ist auch schön geschrieben. Es sind schöne Beispiele drin. Und ich habe sehr genossen, da immer wieder mal was nachzuschlagen. Und generell, wenn man irgendwo ein Verständnisproblem hat, ist das hier nochmal richtig gut erklärt. Zumal ich niemandem rate, das Buch zu kaufen. Ich glaube, das hat mal irgendwie 80 Euro gekostet. Ich habe es mir auf eBay Kleinanzeigen für, ich glaube, 15 Euro geholt. Es ist auch schon ein bisschen abgegriffen, aber das tut ja dem Buch an sich nichts, wenn man eh damit lernen möchte. Von daher, da mein Ratschlag ausleihen oder aber günstig irgendwo Gebrauch kaufen. Hier auch nochmal, hier auch nochmal das Buch von Kugling, das ich am Anfang schon mal gezeigt habe. Das war bei uns damals erlaubt, dass wir das mit in die Physikprüfung nehmen dürfen. Für Physik 2, das waren so, da sind lauter so Formeln drin. Also speziell bei mir ging es ja um, ich weiß nicht, ich habe hier ein Papper drin, um Linsensysteme zum Beispiel. Ach, da waren halt diverse Rechnungen zum Thema Linsen auch erklärt, auch mit Beispielen und Co. Und so kommt man eigentlich auch durch die ganze Physik, das ganze Physikzeug durch. Dementsprechend, also das habe ich mir persönlich noch gekauft, weil ich sage, das ist ein gutes Nachschlagewerk. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. So, jetzt komme ich schon ins dritte und vierte Semester, nachdem Mathe, Konstruktionslehre und Technische Mechanik alles Fächer waren, die sich über das erste und zweite Semester gezogen haben. Im dritten und vierten Semester hatte ich Technische Thermodynamik 1 und 2. Und dazu habe ich keine Buchempfehlung. Da hat für mich persönlich die Vorlesung vollkommen gereicht. Ab und zu habe ich mal das eine oder andere in Wikipedia nachgeschlagen. Aber ich sage mal, die Vorlesung und Übung ist in meinen Augen da so hinreichend, dass man wirklich gut durch dieses Fach durchkommt, viel mitnimmt und eigentlich keinen großen weiteren Rechercheaufwand machen muss. Und weiter war dann im dritten Semester noch Reaktionstechnik ein Thema oder auch chemische Verfahrenstechnik. Hier gibt es vom Dozenten selbst das Buch vom Professor Yes, das Buch, ich glaube, Chemical Technology heißt das. Ich verlinke es euch einfach mal und blende es euch mal im Bild ein. Dieses Buch ist generell viel zu, viel zu overkill für das Fach Reaktionstechnik. Und im vierten Semester hat man dann auch allgemeine Verfahrenstechnik 2, das heißt auch thermische Verfahrenstechnik. Und man kann sich generell so vorstellen, in Reaktionstechnik werden ein paar Kapitel in diesem Buch angesprochen. Das ist aber nur ein kleiner Bruchteil des Buchs. Und in thermischer Verfahrenstechnik werden wieder andere Kapitel des Buchs angesprochen. Das Buch ist auch komplett auf Englisch, aber ich selbst habe es für Reaktionstechnik ab und zu genutzt, um etwas nachzulesen. Und ich persönlich habe es als sehr gut empfunden. Dann kommen wir jetzt mal zur elektrotechnischen Richtung und zwar mit Mechatronik. Zur Mechatronik habe ich keine Buchempfehlung. Da konnte man sich sehr vieles anschauen, indem man sich den YouTube-Kanal Werte Ingenieur anschaut. Beziehungsweise inzwischen heißt der, glaube ich, Lesix Deutsch. Ich glaube, Lesix heißt sowas wie Learn Engineering by Physics oder sowas. Da sind die Basics zu den verschiedenen Motoren, die behandelt werden, wirklich gut erklärt. Und für alles andere reicht in den meisten Fällen das Skript. Das kann man sich vorstellen. Ja, das sind, glaube ich, um die 300 Seiten. Geht schon klar, denke ich mal. Da braucht man auch keine separaten Bücher. Und ich sage mal, am meisten nach Büchern gesucht habe ich eigentlich beim Fach Elektrotechnik beziehungsweise bei dem Lehrstuhl. Das ist der Lehrstuhl für Mess- und Regeltechnik. Oder Mess- und Regelungstechnik. Die geben immer solche wunderschönen Skripte aus. Die haben, kann man nachschauen, ja, so um die 120 Seiten. Da habe ich auch, weil es so schön ist, einen ganzen Berg von hier für jedes Fach. Das sind ein paar, wahrscheinlich 400, 500 Seiten, was ich hier rumfliegen habe. Und generell ist es hier so, das Problem, man findet nicht viele Fachbücher, die diese Tiefe haben, die benötigt wird. Also ich habe mir jetzt unter anderem hier mal von Manfred Ahlbach, das müsste, glaube ich, irgendwie ein Dozent an der Universität erlangen sein, ein Buch gekauft. Aber im Großen und Ganzen war es so, im ersten Semester konnte ich mit dem Buch teilweise was anfangen. Aber oft waren die Aufgaben so gestellt, dass man einfach wirklich das Skript verstehen muss, die Übungen verstehen muss, sonst kommt man nicht weiter. Jetzt, nachdem ich auch Elektrotechnik 1 und 2 hatte, komme ich auch mit dem Buch deutlich besser klar. Vielleicht auch, weil manche Themengebiete in anderer Reihenfolge und anderer Tiefe behandelt werden. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich habe für die Mess- und Regelungstechnikfächer eigentlich keine richtig guten Bücher gefunden, die die einem das Fach leichter machen. Hier hilft es eigentlich wirklich nur, wenn man sich mit den Skripten auseinandersetzt, die auch von diesem Lehrstuhl wirklich sehr ausführlich gehalten sind. Von daher, nehmt euch die Zeit, schaue ich die Skripte an. Das ist, glaube ich, das Hilfreichste, was ich zu diesen Fächern sagen kann. So, das war's auch schon mit meinen Buchempfehlungen. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig oder vielleicht für den einen oder anderen auch ziemlich interessant, was ich zu diesen ganzen Büchern denke, die man so im Studium hat. Im Großen und Ganzen kann ich wirklich sagen, gebt nicht zu viel Geld für Fachliteratur aus. Das geht wirklich ins Geld und dann ist die Frage, wie oft schaut man wirklich rein. Ich meine, wie gesagt, ich habe mir die Fachbücher, die meisten, die ich habe, habe ich mir gebraucht gekauft, wie jetzt zum Beispiel dieses Elektrotechnik-Buch. Hatten sie aus irgendwelchen Gründen nicht in der Bibliothek zu dem Zeitpunkt, wo ich es wollte. Ja, im Großen und Ganzen ist wirklich wichtig, dass man eine gute Matheformelsammlung hat. In meinem Fall jetzt der Papula, mathematische Formelsammlung für Ingenieure und Naturwissenschaftler. Ansonsten ist ein Physikbuch ganz nett, ist aber kein Must-Have und ansonsten wird man, glaube ich, ziemlich schnell selber mitkriegen, welche Bücher man denn in Klausur mitnehmen darf. Ich denke generell, wenn man Bücher mit in Klausur nehmen darf, ist die Tendenz höher, dass man sie sich kauft. Aber die allermeisten Bücher könnt ihr kostenlos über den Uniserver downloaden und von daher kann man sich, glaube ich, eine Menge Geld sparen, wenn man sich nur die nötigsten Bücher kauft. Wie gesagt, Mathe-Buch ist wichtig, alles andere teilweise eher optional. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war ihm in gewisser Weise hilfreich auch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Dein Kleins-Abo und bis zum nächsten Mal. Ciao!